Und das ist Roderich Kiesewetter von der CDU, von der Opposition im Deutschen Bundestag. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Mit ihm sprechen wir über die Waffenlieferungen aus Deutschland und was dabei seiner Ansicht nach auch schiefläuft. Gutes Stichwort, schauen wir da auf den Bereich der Artillerie. Laut Nachrichtenmagazin Spiegel hat das deutsche Verteidigungsministerium bei den Lieferungen der Panzerhaubitze 2000, das wurde der Ukraine geliefert, nicht aber die Lieferung von Ersatzteilen dabei bedacht. Marco Jessen, der hat genau das heute mit dem Verteidigungsministerium besprochen und diese Antworten für uns herausgefunden. Die Panzerhaubitze 2000, eine hochwillkommene, vielleicht eine entscheidende Waffe in den Händen der ukrainischen Armee. 14 davon hat Deutschland an die Ukraine geliefert, um das Land im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet jedoch, viele seien inzwischen nur noch bedingt einsatzbereit, weil Ersatzteile fehlen würden. Bei der Instandsetzung in Litauen hätte eine der Haubitzen ausgeschlachtet werden müssen, um die anderen gefechtsbereit zu halten. Anders das deutsche Verteidigungsministerium. Es verweist darauf, dass bereits Ersatzteile für die Haubitze geliefert wurden. Und die Wartung werde ab Mitte Dezember einfacher. Dann müssen die Haubitzen nicht mehr umständlich nach Litauen gebracht werden, sondern können direkt hinter der ukrainischen Grenze in der Slowakei repariert werden. Dort wird gerade ein Instandsetzungszentrum aufgebaut. Es soll noch vor Weihnachten einsatzbereit sein, versicherte die Verteidigungsministerin letzte Woche in Brüssel. Wir werden in der Slowakei ein Instandsetzungszentrum einrichten. Das kann sofort losgehen. Die Vereinbarung ist getroffen. Es ist eben wichtig, dass all das, was geliefert wird, auch nach dem Kampf wieder instand gesetzt werden kann. Mit allen Mitteln werden wir auch in Zukunft die Ukraine unterstützen. Ob aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie auch genügend Munition für die deutschen Waffen in die Ukraine geliefert werden kann, dazu hält sich das Verteidigungsministerium bedeckt. Das sei auch eine Frage des Kriegsverlaufs. Also bei den entscheidenden Fragen weiter unbeantwortete Fragen. Roderich Kiesewetter ist jetzt bei uns für die CDU im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Kiesewetter. Grüße Sie. Guten Abend, Herr Hoch. Grüße Sie. Herr Kiesewetter, Sie sind auch Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Das sei noch dazu gesagt. Frage an Sie, warum ist Deutschland bei den Nachschublieferungen so schwerfällig gerade? Nun, da spielt natürlich eine ganz große Rolle, dass sehr früh bereits Forderungen kamen, Ersatzteile zu bestellen und vor allen Dingen Munition und das nicht umgesetzt wurde. Des Weiteren sind unsere Einsatzgeräte, also auch die Panzerhaubitzen oder auch Marswerfer, ja wie soll ich sagen, den Übungsbetrieb in Deutschland gewöhnt. Aber hier wird die Waffe jeden Tag rund um die Uhr ausgenutzt. Die Munition dafür fehlt, da wird andere Munition herangezogen, das gibt besondere Verschmutzungen und das alles hätte im Vorhinein mit einer klugen Aufklärung schon gelöst werden können. Hinterher ist man immer schlauer, aber was mir fehlt ist, das frühzeitig zu erkennen. Wir haben die Monate März, April, Mai verstreichen lassen, als die Entscheidung fiel, dass die Panzerhaubitze 2000 geliefert wurde. Vergingen ja auch noch sechs Wochen der Ausbildung und da hätte man spätestens die Bestellungen treffen müssen. Aber wir brauchen ja nicht nur Munition oder Ersatzteile, sondern auch durch den hohen Verschleiß Rohre. Die Rohre haben eine sehr lange Lieferzeit. Also hier kommt sehr viel zusammen. Man hat es einfach zu blauäugig, zu spät entschieden. Ja, die entscheidende Frage ist ja aber, wenn man das doch hätte absehen können, warum wurde nicht langfristig und auch perspektivisch gedacht und gehandelt von Seiten der Bundesregierung auch? Ich will hier als Oppositionspolitiker keine Vorwürfe machen. Ich war selbst 27 Jahre bei der Bundeswehr und bin oberst außer Diensten und habe mal ein Raketenatteleriebataillon geführt mit 32 Raketenwerfern. Und da liegt natürlich auch der Hase im Pfeffer. Wenn man sich auf den Krieg vorbereitet, muss man wissen, dass man eben nicht wie auf einem Übungsplatz vielleicht vier, fünf Mal schießt, sondern jeden Tag 50, 80, 90 Granaten abfeuert oder auch entsprechende Raketen zahlen. Und die Bundesrepublik Deutschland hat ja allein in der Belieferung der Munition, das ist nachzulesen, zwei Tagessätze geliefert. Die Ukraine verbraucht am Tag etwa 5.000 bis 6.000 Schuss Artillerie-Munition und geliefert wurden zunächst einmal 13.000 Schuss und weitere 6.000 angekündigt. Das heißt, es sind gerade mal drei bis vier Tage an Munition mitgeliefert worden. Das ist längst verbraucht. Das hätte man wissen müssen und zweitens durch den hohen Verschleiß frühzeitig die erforderlichen Ersatzteile, die ich jetzt hier nicht mit Fachbegriffen nennen will, bestellen müssen. All das muss vorgehalten werden. Gut ist, dass wenigstens ab Mitte Dezember dieser Instandsetzungshub aufgebaut wird. Aber das wären alles Entscheidungen, die man früher hätte absehen müssen. Und da sage ich, das ist ein tatsächlicher Vorwurf. Und das wäre im Mai oder Juni bereits eindeutig absehbar gewesen, weil man ja weiß, die Ukraine hat am Tag Munition für 5.000 bis 6.000 Granaten. Und die Russen haben im Gefechtstag 50.000 bis 60.000 Granaten. Und da ist doch klar, dass die Ukraine ihre Geräte auf Verschleiß fährt und sich einfach darauf verlässt, dass sie ordentlich unterstützt wird. Und da haben wir zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Was die Ukraine auch fordert, aus dem Westen, aber auch aus Deutschland, ist ja, wie Sie es gerade aussagen, länger schon schwere Kampfpatser, weitere Systeme zur Luftabwehr. Die Probleme, die haben wir auch gerade schon mit Oberst Reißner gesehen und besprochen. Sie sagen, die Ukraine, Sie sagen, diese Waffen, diese westlichen Systeme von NATO-Partnern, von Deutschland, die würden eben auch entscheidend sein, um diesen Krieg weiter zu beeinflussen und auch perspektivisch zu gewinnen. Jetzt hat Herr Reißner bei uns auch schon angesprochen, die Logistik ist ein Problem und auch die Instandsetzung. Das haben Sie gerade thematisiert mit dem Instandsetzungshab. Warum genau kriegen wir es nicht hin, diese Waffen, die gefordert werden, auch an die genau richtigen Stellen dann zu liefern? Also an die richtigen Stellen werden sie ja geliefert. Was allerdings bei uns nicht gemacht wird, oder ich nenne erst mal, was gemacht wird, wir haben fünf Raketenwerfer Mars gesendet und wir haben 14 Panzerhaubitzen gesendet. Dann haben uns noch die Niederländer unterstützt. Das ist sehr wenig, wenn man weiß, dass die Amerikaner um die 100 Stück geliefert haben und vor allen Dingen einige hundert Haubitzen. Also sind wir schon mal von den Zahlen sehr niedrig. Natürlich verlassen sich die Ukraine auch auf unsere Unterstützung, insbesondere auf die Panzerhaubitze 2000. Was aber benötigt wird, ist, durch die Art der alten sowjetischen Waffensysteme, Kampfpanzer und Schützenpanzer, haben die, wenn die einen Treffer erleiden, keine Überlebenschancen, die Soldaten, weil dann explodiert das Gerät und erhitzt auf bis zu 8000 Grad, da verdampft alles. Das ist ganz furchtbar. Wenn dem Schützenpanzer Marder, 40, 50 Jahre alt und Kampfpanzer Leopard 1, auch etwa 40, 50 Jahre alt, eine viel bessere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Das Verteidigungsministerium ist da in der Pflicht des Kanzleramts, aber das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium wären für die Lieferung. Genauso wie die Liberalen und Grünen sich sehr deutlich für die Lieferungen ausgesprochen haben. Wir unterstützen das. Wir haben als Bundestag mit fast 600 Stimmen, 586 Stimmen, die Lieferung schwerer Waffen bereits am 28. April unterstützt. Es scheut sich das Kanzleramt, diese Systeme zu liefern. Das unterscheidet man nicht mit westlich oder östlich, sondern die sind einfach in der Lage, den Besatzungen ein Überleben zu garantieren. Und dass wir das den Ukrainern vorenthalten, liegt daran, dass sich Deutschland bedroht fühlt und dass man glaubt, dass Russland bei einer solchen Lieferung nuklear eskalieren würde. Und das ist falsch. Und das müssen wir auch sehr öffentlich ansprechen, dass hier Russland mit der deutschen Angst arbeitet, ohne das wirklich umzusetzen. Wir müssen mutig sein und der Ukraine den Sieg ermöglichen. Und wenn die Ukraine nicht ihre Grenzen wiederherstellt, darüber hinaus darf es nicht gehen, zumindest vom Januar dieses Jahres, dann wird die Ukraine zerfallen und der Krieg wird weitergehen gegen Moldau, wird weitergehen gegen das Baltikum. Und deswegen ist die Lieferung dieser Waffensysteme so bedeutend. Deutschland meldet Führungsansprüche an. Ja, Führung heißt auch, europäisch zu koordinieren. Die Amerikaner ermutigen uns, Schützen und Kampfpanzer zu liefern, weil wir hier die Logistikketten haben. 13 Nationen haben den Kampfpanzer-Leopard. Also, die Bundesregierung sollte ja nicht verzagen, sondern auf FDP und Grüne hören und auch vielleicht auf den einen oder anderen Rat aus der Union. Also klare Forderung hier von Roderich Käsewetter an die Linie des Kanzleramts mehrere schwere Waffen zu liefern für die Ukraine. Herr Käsewetter, ich nehme ganz gern jetzt unsere Community auch mit rein. Die stellt persönliche Fragen auch an Sie. Es geht um folgende Situation. Noch mal ganz kurz zu den Fakten. Deutschland wollte ja auch offenbar, das waren die Pläne, 12.000 Schuss Munition für den Flugabwehrpanzer-Gepard liefern. Der wird ja auch jetzt gerade in der Ukraine für die Bekämpfung der Drohnenangriffe der russischen Seite eingesetzt. Die Schweiz hat es untersagt, die Munition weiterzusenden. Begründung Neutralität. Die Frage an Sie ist vom User Tin Meier bei YouTube gestellt. Sprechen Sie sich jetzt dafür aus, die Schweiz dafür zu sanktionieren, keine Gepard-Munition zu liefern? Und wie beurteilen Sie generell den Komplex? Also bei so einem Krieg kann man nicht neutral sein. Das ist völlig klar. Und die Schweiz hat von ihrer Neutralität über Jahrzehnte durch Milliardeninvestitionen auch aus Russland von Oligarchen profitiert. Die Schweiz ist ein echter Kriegsgewinnler und schiebt die Neutralität vor. Die 12.000 Schuss sind in Deutschland stationiert, aber wir werden diese Schweizer Munition nicht verwenden, wenn dieses Land nicht von sich selbst darauf kommt. Viel wichtiger ist es, dass wir die 200.000 Schuss Gepard-Munition, die aus Brasilien kommen und jetzt gerade in Katar sind, zum Schutz der Weltmeisterschaft, dann hoffentlich weitergehen. Und dass diese Munition produziert wird. Deutschland hat die Daten für die Produktion nach Norwegen und auch in die Ukraine gegeben, sodass das vor Ort produziert werden kann. Der Krieg bedeutet ein Krieg gegen uns alle. Russland möchte nicht, dass die Europäische Union und die NATO so weiterleben wie bisher. Sie werden für Massenflucht sorgen und greifen zivile Infrastruktur an. Deshalb wäre Gepard-Munition so wichtig, um die sehr billigen iranischen Drohnen, die jeweils so 40, 50 Kilogramm Sprengstoff haben und Elektrizitätswerke zerstören, so wichtig, diese abzuschießen. Und deswegen sage ich auch sehr offen, Neutralität hilft hier nicht weiter. Hier geht es um schwerste Kriegsverbrechen an der ukrainischen Zivilbevölkerung. Das ist kein militärischer Krieg mehr, sondern ein Vernichtungskrieg gegen das Existenzrecht der Ukraine. Klare Statement halten wir so fest. Sie waren genau vor einem Monat auch selber persönlich noch mal vor Ort in der Ukraine. Ziemlich genau, glaube ich sogar. Vor drei Wochen. Vor drei Wochen. Sie haben sich vor Ort ein Bild gemacht. Vielleicht können Sie uns da noch mal Eindrücke schildern. Welche Probleme haben Sie in Sachen Munition, Logistik und Transportwegen entdeckt? Und was braucht es aus Ihrer Sicht noch mal, um das festzuhalten, um diese Probleme auch für den weiteren Kriegsverlauf zu lösen? Nur sehr kurz. Ich habe vorweg auch sehr viel das Leiden der Zivilbevölkerung gesehen. Stromausfälle, Wassermangel, Luftalarm erlebt. Wir waren in Kellern. Also da ist schon ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Was es braucht, ist schlichtweg mehr Nachschub, mehr Produktion. Deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung sehr rasch einen Gipfel mit der Rüstungsindustrie macht zur Produktion von Munition, von Treib, von entsprechenden Mitteln, um Artilleriegranaten zu verschießen, also von Pulver und Sprengstoffen. Das ist überfällig. Wir brauchen hier mehr Fabriken. Nur die Bauzeit und Lieferzeit wird anderthalb Jahre, zwei Jahre bedürfen. Deshalb rächt sich jetzt, dass wir keine Vorräte haben. Und deshalb müssen wir alles tun, Partner zu überzeugen, zu liefern. Des Weiteren geht es darum, mit der Ausbildung frühzeitig zu beginnen, beispielsweise mit den Fahrern von Marder oder Leopard, aber auch die Ausbildung an entsprechenden Geräten zu verbessern, die Instandsetzung zu verbessern und der Ukraine Produktionsmöglichkeiten zu schaffen im eigenen Land, wo wir eben schlichtweg mithelfen, dass die Produktion produziert werden kann. Das war auch eine ganz drängende Forderung. Und eben noch einmal die Bitte nach alten Kampfpanzern Leopard und nach alten Schützenpanzern Marder, weil die schlichtweg besser sind, als das sehr gefährliche sowjetische Material, das auch ausgeht. Herr Kiesewetter, ich möchte Ihnen noch einige Kommentare mit auf den Weg geben, die aus unserer Community kommen. Die gehen in die ähnlichen Forderungen, wie Sie sie auch beschreiben, von Thorsten Schlarberg bei YouTube. Wir Deutschen, wir sind ein so reiches Land, wir müssen viel mehr helfen, sagt er. Und ein Kommentar, da würde ich Sie auch ganz gerne noch mal nach Ihrer Einschätzung fragen, ob Sie das auch so sehen. Jerk Simpleton fragt bei YouTube oder schreibt bei YouTube als Kommentar, warum nicht langfristig und vorausschauend geplant wurde, weil man in Deutschland mit 30 Bedenkenträgern ausdiskutieren muss, wenn man einen neuen Bleistift schon kaufen will. Gehen Sie da mit? Ist das auch Teil der Problematik? Also ein Teil der Problematik ist, dass in der Bundeswehr Führungs- und Materialverantwortung getrennt sind. Die Materialverantwortung ist zivil, wie das Neudeutsch heißt, outgesourct. Die ist zivil vergeben. Und die Truppenführer haben nicht mehr die Materialverantwortung, wie ich selber noch als Batallionskommandeur sie hatte. Das Zweite ist, dass die Ausschreibungen in Deutschland anders als in Frankreich erst europäisch erfolgen. Frankreich schaut erst, was können sie selbst leisten. Und drittens hat Deutschland leider, das berührt auch die Regierungszeit der Union, Produktionskapazitäten heruntergefahren. Und der Koalitionspartner war allerdings damals auch der Bundesfinanzminister, der heutige Kanzler. Also hier ist vieles im Argen. Deswegen helfen parteipolitische Überlegungen überhaupt nicht, sondern wir müssen auf Kriegswirtschaft umstellen im Bereich der Rüstungsindustrie. Und das heißt Arbeitszeitregelungen und anderes durch bessere Bezahlung überlagern und alles tun, dass wir Produktionsketten aufbauen, wo binnen Monaten Kanonenrohre, Munition, aber auch Kleinwaffen und vieles andere mehr geleistet wird, um diesen Krieg zu gewinnen. Ich kann den Kommentaren nur zustimmen. Wir sind zu bürokratisch, zu langsam und haben uns nicht darauf eingestellt, dass wir Kriegsziel Russlands geworden sind. Eine Mischung aus Selbstkritik, der eigenen Regierungsverantwortung und klaren Forderungen, aber auch an die aktuelle Bundesregierung. Vielen Dank, Roderich Kiesewetter von der CDU, Mitglied des Deutschen Bundestags und auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank.